hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video welcome welcome back on my channel ich habe mir bei amazon diese holzuntersetzer besorgt und wollte die ein bisschen verschönern unterseite ist mit flüssigem latex bestrichen und ich habe sie oben angemalt so i got these wooden coasters i painted them with golden and copper acrylic paint and i put a layer of liquid latex on the backside to protect my coasters when we are adding the resin ich habe mir mein harz angemischt mein honey resin ich habe penny copper mica pulver genommen das sieht sehr rötlich in der kamera aus das ist aber jetzt nicht so rot und mein weiß und klares harz so i mixed up some penny copper mica powder from dip on it looks kind of orangey but it isn't it's just in the camera it's a really really nice copper color and i got my white which is my resin mixed with white pigment paste and i got some clear resin so now i'm just spreading out my copper resin copper colored resin yeah and spread this all over the coaster ich fange jetzt erstmal an und verteile mein kupferfarbenes harz das mache ich auch gleich ein bisschen schneller und sehe schon zu dass ich ein bisschen was auf dem coaster habe also nicht ganz dünn bestrichen dass man also wirklich nur so eine super dünne schicht hat sondern schon ein bisschen mehr es soll ja schließlich auch ein bisschen harz drauf bleiben weil wir gehen ja noch mit dem fön dran so my layer i just try to place this evenly um my layer is not super thick but also not really really thin because we want to spread some resin resin i will use my heat gun for the wave so i want to make sure that i do have a good amount on resin on my coaster not too much not too little well you you will find out when you're placing your resin onto the coaster and you spread it to the sides and you let it sit there for one two minutes whatever and the resin pulls back from the sides then it's not enough resin so you need a coat of resin onto your coasters otherwise you will end up with those edges without any resin you can also spread your resin and kind of push it over the edges and kind of push it over the edges so when you use the heat gun so when you use the heat gun the resin will flow off the coaster which makes sure that your cells that your wave will stay where it is if you're not doing this i'm not doing this in this video the wave will pull backwards towards the center a little bit and it will not stay as big as you blow it out i hope this makes sense if not leave me a comment and i will try to explain better nochmal auf deutsch also wenn wir wenn ich das harz jetzt hier verteile es ist schon eine gute schicht drauf lasst es eine minute mal drauf und guckt ob es sich von den rändern wieder zurückzieht wenn ja ist es nicht genug harz ihr wollt ja schon das harz da drauf bleibt und dass ihr nicht nachher damit endet dass an den seiten an den rändern kein harz ist was ihr auch machen könnt alternativ ihr könnt das harz auf euren coasters verteilen und könnt es über die ränder streichen also dass ihr wirklich die ränder auch mit harz habt ihr könnt das schützen mit liquid latex wenn ihr wollt ihr könnt es aber auch so lassen dann habt ihr die seiten auch mit harz wenn ihr nachher die welle verpustet und das harz fließt über euren coaster drüber ihr müsst natürlich vorher das harz drüber streichen sonst fließt es nicht dann bleibt die welle größer also dann verteilt ihr das harz pustet überschüssiges harz über euren coaster hinweg und die welle bleibt wenn ihr das so macht wie ich und das harz geht nicht über den coaster nicht über den rand dann wird sich das harz wieder etwas zusammenziehen und die welle wird wieder etwas kleiner das ist also wirklich geschmackssache so wie ihr das haben wollt ich hoffe das hat jetzt soweit sinn gemacht was ich erzählt habe wenn nicht hinterlasst mir einen kommentar dann erkläre ich das in einem anderen video oder erkläre es schriftlich nochmal etwas genauer was ich meine aber ihr werdet es nachher auch bei diesen coasters sehen wenn ich die welle mache die wird wieder ein bisschen kleiner so nachdem ich jetzt mein harz verteilt habe so wie es gerne hätte mache ich erstmal eine linie mit klarem harz ich möchte nicht das weiß direkt ins kupfer pusten sondern ich möchte eine klare linie dazwischen haben damit die welle einfach schöner rauskommt also quasi erst eine klare linie und dahinter dann das weiß und dann puste ich das weiß über das klar ich hoffe das macht soweit sinn wenn ich jetzt direkt weiß nehmen würde wird mir das weiß ins kupfer laufen so nachdem ich mein klares harz überall verteilt habe ziehe ich mir mit meinem weiß eine linie da so wie ich die welle quasi haben möchte So after the clear resin, I put my white line behind the clear and I just place it like I want the wave to be. With a little, yeah, well, not a straight line. It can be a little bit rough. It's a wave. It should be looking a little bit natural. So I'm just placing my white and then we can start with making the wave. So I take my heat gun. The first wave, I will do this in real time and then I will speed this up. Ich mache jetzt die erste Welle mit meinem Heißluftfön. Die mache ich in Echtzeit und den Rest beschleunige ich. Und ihr seht, wie langsam ich dieses Weiß mit einem flachen Winkel sozusagen einfach nach hinten schiebe. So you can see how slowly I really push this white out. Yeah, really, really slowly. I push it out towards the edge, pretty far. And then you will see in the other three coasters, when I speed up the whole thing, you will see how much the wave will kind of pull back. This is because I didn't push the resin over the edge. If you push the resin over the edge, the wave would stay like this. And the cells will come later. So give it a little bit time. Ihr seht jetzt gleich, wenn ich das Ganze beschleunige, jetzt wird es gleich schneller, wie sich das Harz wieder zurückzieht. Das kommt eben, was ich vorhin erklärt habe, weil das Harz nicht über die Kanten läuft, sondern auf dem Coaster bleibt. Deswegen zieht es sich quasi wieder ein bisschen zurück. Ja, hier fehlt noch ein bisschen Weiß. Just a little bit more white and then I will speed it up. Also guckt mal gleich, wie weit sich das wieder zurückzieht. Gerade mal 10, Geschwindigkeit mal 10, dann sieht man das ganz gut. So sollte das auch sein. Also fließt das Harz über den Rand, bleibt die Welle weiter hinten. Fließt es nicht über den Rand, zieht sich das Harz wieder ein bisschen zurück. Wenn ich mit der Welle fertig bin, gehe ich einmal kurz mit dem Bunsenbrenner drüber und mache die Bläschen kaputt. So after making the wave, I will just give it a quick blast with my heat gun and with my torch, sorry, with my torch and then I just leave it. This is the next day and I can pull off the liquid latex and it's so easy. If you have any resin drips, you can just peel them off. Das ist jetzt der nächste Tag und wir können jetzt einfach dieses Latex runterziehen. Das geht total einfach und wenn ihr da so ein paar Kleckse Harz habt, könnt ihr die ganz, ganz einfach mit abziehen. Also ich finde, das ist die einfachste Art und Weise. Als nächstes oder als letztes möchte ich das Ganze noch ein bisschen verschönern. Ich habe hier Gloss Varnisch und ein bisschen, das ist so Champagnerfarbener Glitzer. Und ich gehe jetzt einfach hin, mische mir das mit dem Pinsel und trage eine Schicht nur auf die Holzstellen auf. Nicht auf das Harz, sondern nur aufs Holz. Zum einen schützt es das Holz ein bisschen vor Feuchtigkeit, was auch immer. Zum anderen bleibt natürlich so ein Hauch von Glitzer. So, the last step, I took some Gloss Varnisch. I mixed it with some kind of champagne glitter, fine glitter. And now I'm just brushing this onto the wooden parts. This protects the wood and also the glitter will stay and you have like this beachy kind of shimmery wood area. What in English? And I also protect the sides. Also, das gibt so ein bisschen Strandfeeling. Mit diesem Glitzer finde ich das eigentlich ganz schön. Das lassen wir trocknen und dann sind wir auch schon fertig. Ich habe übrigens noch mal vier und die möchte ich mit Türkis machen. Ich wollte diesmal extra Kupfer machen und nicht schon wieder Türkis, weil Türkis ist meine Lieblingsfarbe und am liebsten mache ich ja alles in Blau und Türkis. Das sollte was anderes werden. Ich werde aber noch welche in Türkis machen. So, that's it. And I have another set of four and I will do them with like the classical ocean theme, turquoise, teal color and then the wave. But this is another video. So, here we go. And I hope you liked it and give me a thumbs up, subscribe to my channel if you like and I will see you in the next video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir gern einen Daumen hoch und bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 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 Vielen Dank.